Ja, hoi miteinander. Ich bin Brigitta und viele von euch kennen mich ja. Ja, mir geht es doch genauso wie euch. Stinkt mir einfach die Zeit. Aber, was mache ich? Ich nehme natürlich Prospekt für euch, Reisenprospekt. Griechenland zum Beispiel. Ja, wäre doch schön, wir könnten das nächste Jahr gehen, weil es bestimmt wieder eine ganz andere gute Zeit kommt und mich inspirieren lassen. Oder dann natürlich, wisst ihr das ja, Post auch hier, Post auch hier, studieren, was könnten wir alles machen. Und ich wollte euch fragen, studiert mal ein bisschen, hättet ihr auch eine coole Idee? Wenn ja, sagen Sie es unbedingt in der Geschäftsstelle zur Tür. Also, ich freue mich wirklich, euch alle zusammen wieder zu sehen. Und ich wünsche euch ganz eine gute Zeit. Haltet euch Sorge. Bis bald. Tschüss miteinander. Ciao. Tschüss.